Oh mein Gott, da ist jemand vor meinen Augen gewendet, wer war es? Die sind alle ehrenlos, ich bin mir ziemlich sicher. Das ist mindestens die Hälfte. Mein Stream hier ist noch gelöt. Okay, erstmal abchecken, wo jeder ist. Schwarz bleibt einfach stehen. Downloads, macht der Downloads? Okay, er hat Downloads gemacht. Oder er hat es gefakt, weiß man auch nicht. So, mal gucken ob hier jemand jetzt ist. Der wird spannend. Fuck. Kurz eine Sache, warum spielen wir eigentlich die kleine Map? Wo lag der? Ich weiß es nicht. Wo war die Leiche? Wie heißt das? Ich und Dominik waren nicht. Dominik, wo war das? Dominik ist mute by the way, falls es nicht bleibt. Dominik, du Spaßi. Ja ja, ich, Lisa und Tom waren alle oben links. Da oben in dem komischen Reaktor. Reaktor. Denk da wieder eine Karte. Decontamination Ding da. Ja. Wo ist jetzt die Leiche? Im Reaktor? Ne, wo ist die Leiche? Decontamination. Ich bin rechts nach Cafeteria gegangen. Wo ist die Leiche? Direkt links. Du hast rechts die Leiche gleich links. Ich hau unten rechts. Und Jinka war oben. Lisa war oben. Ich weiß nicht. Aber es kann auch gewendet sein, also. Also ich hab... Ne, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, das sehe ich so nicht ein. Ich habe gerade diese Aufgabe mit diesen Steinsortieren-Dingern da gemacht. War noch jemand mit dir oben? Nein, ich war alleine. Ich hab ihn mal gesehen, als ich auf dem Weg nach oben war. Ja. Okay, dann ist es Dominik. Was? Nein, nein, nein. Dominik war es nicht. Nein, ich war es nicht. Ich dachte ihr beide mal oben. Ich dachte ihr beide mal oben. Alles gut. Wir sind gerade hochgegangen und als wir die Tür aufgemacht haben, lag die Leiche da. Habt ihr irgendjemanden, der verdächtig ist? Glaub nicht. Nein. Nein. Wir haben keinen gesehen. Wir haben keinen gesehen. Kannst du aufhören zu rülpsen? Was machen wir jetzt? Ich krieg dir gleich den Slack, nämlich die Spam-Wanne. Ey, willst du mich mit Glatz sehen? Ja. Ich gar nicht. Ja. 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 Was für ein dummer Bub. Ich bin gerade noch in der Spam-Wanne. Das ist ein bisschen. Pink ist noch umgegangen. Pink ist noch umgegangen und unten ist noch einer. Pink ist noch umgegangen und unten ist einer. Wenn würdest du mich ficken, würdest du mir sagen, dass beim Reaktor Meltdown einfach unten bleiben. Schwarz und Pink sind zusammen. Die scheinen eigentlich kein Impostor zu sein. Kommt zum Fick, sollten die dann sich gegenseitig nicht umbringen. Das zum Fick ist was passiert. Das beim Reaktor Falter Authority ist syrup- sword. Cut's. Das ist nur ein Paar und totείllbar. wisdom Main und Herr Schwein nicht ausgehen. Man muss deswegen hin chsten kindern. Okay. oh mein gott dass jemand vor mein augen gewendet wer war es das jemand vor mir gewendet welche leiche und auf einmal lag in admin das war dominik oben rechts war ich bei der ausgabe dann bin ich runtergelaufen dann lag im eingang die leiche und lisa ist gerade hochgelaufen richtung wie heißt das da ist jemand vor mir gewendet also ich habe ihnen gerade unten in der cafeteria einmal links diese aufgabe gemacht mit diesen kometen abschießen ok lisa ist es nein nein ich weiß nicht weil ich war auch dabei ich weiß dass ich es nicht bin dann kommen da nur noch zwei infrage ich bin von die wollten einfach mehr sie wir müssen auf jeden fall jetzt wurden zusammen das game verloren bei der wei wir müssen jemanden voten ok dann nicht nicht aus dem job wir müssen ja aber das ding ist wenn wir dich jetzt nicht voten haben wir so oder so verloren ja super dann votet er doch mit dem falschen aus dann habt ihr auch schneller verloren wo ist der unterschied verloren ist verloren und und weiß weiß er weiß dieser kleine wichser dieser pisser dann ist es sieben und der andere ist sieben kommst du muttersch ich hoffe die machen jetzt kommst weg mit simon weil schwa guck mal wie eben gerade so macy war der imposter und weil schwarz und pink ist nicht sind ich bin mir so sicher dass ihr beides nicht seid weil ihr hättet euch gegenseitig umbringen können oder ich hätte auch einen von euch beiden umbringen können in cafeteria es ist simon der ist der einzige der übrig bleibt weil du der einzige bist der übrig bleibt also die beiden waren die ganze zeit in cafeteria ich auch die gleichen waren irgendwo anders nicht in cafeteria ich war auch in cafeteria unten ich hätte einfach den beiden mindestens gehen können und dann wenden können ja aber guck mal ich war guck mal die waren zusammen ich habe keinen von beiden gekillt und trotzdem war die leiche irgendwo anders ich kann es nicht sein ich habe im gewächshaus die flätter gemacht habe dann den launchpad unten nochmal gemacht weil ich das vorhin übersehen habe beim spawnen ich bin dann hoch in den reaktor und habe diese 1,2,3,4,5,7,8,9,10 aufgabe gemacht habe dann diese fällt aufgabe oben am reaktor gemacht actually der schwarze hat sehr schnell gevotet also keine ahnung du hast dich gerade sehr stark gemacht wobei du direkt auf mich gegangen bist ok actually ich habe simon gevotet der schwarze hat wahrscheinlich auch simon gevotet wenn ihr beide jetzt skippt dann geht die runde weiter ja lisa wollen wir skippen keine ahnung ich habe ich bin dabei und du hast dich gerade die erste kenne gemacht actually kann man es waren ja alle gesagt wenn diese teile da sabotiert sind kann das der impostor auch machen wieder reparieren ja ich skippe lisa mach was ehre wuko du bist ein fach dieser wichser toxicporo du kleiner bastard ich guck ich guck auf jeden fall nie wieder dem dreckschat er hat mich versucht zu fucking hier brainwaschen alter er sagt du simon ist so safe nicht easy clap ich hab so viele laufen gekehrt nenn mich feifer bittsch was ich fand es aber nice wie ubers der strukturiert aufgeklärt hat und dann simon ist und dann simon ist und dann so ja aber erklär mir warum wer von euch hat vor meine nase gewendet